Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video. Erst kürzlich hatte ich euch den Gamer PC 2014 vorgestellt. Nach und nach ergab sich immer wieder eine Frage, die da lautet, kannst du mal ein Video machen zum Thema Kabelmanagement? Natürlich gehe ich den Fragen und Wünschen meiner Zuschauer nach und daher seht ihr in diesem Video, wie ich in einem PC ein Kabelmanagementsystem aufbaue. Viele Worte bedarf es in diesem Fall nicht. Grundsätzlich verschaffe ich mir erst einmal einen Überblick, wie die Kabel zum aktuellen Zeitpunkt verlegt sind, welche Möglichkeiten bestehen, die Kabel anders zu verlegen und was überhaupt sinnvoll ist bzw. nicht. Je nach Gehäuse habt ihr mehr oder weniger Möglichkeiten, ein perfektes Kabelmanagement zu realisieren. Das hier gezeigte Sigma-Tec Asgard 1 bietet gute Möglichkeiten für einen Medi-Tower im Preisbereich von 30 Euro. Nachdem ich mir nun einen Überblick verschafft habe, entferne ich erst einmal alle Kabel, die entfernbar sind. Solltet ihr Besitzer eines Netzteils mit Kabelmanagementsystem sein, erleichtert dies den allgemeinen Arbeitsablauf. Der restliche Arbeitsablauf als auch die folgenden Videosequenzen sind selbst erklärend. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ich hoffe, ich konnte euch mit diesem Video das Thema Kabelmanagement bzw. Kabel richtig verlegen etwas näher bringen. Damit sind wir auch wiederum durch und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst doch bitte eine positive Bewertung, einen Kommentar. Falls du neu sein solltest, kannst du auch gerne auf Abonnieren klicken. In diesem Sinne, haut rein!